Uiuiui Koko! Ja komm hier! Komm hier! Papa? Hallo! Ey ihr zwei! Ja komm hier! Komm! Komm, komm, komm! Wo ist der? Unter? Der wunkelt schon ein bisschen! Ja? Oh nein! Was denn? Wendy? Wendy! Komm! Können Sie sich nicht unter das Tor quetschen? Wahrscheinlich schon aber! Muss man da aufpassen? Wendy! Vorsicht! Komm! 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 Komm, komm! Oh, er rufelt ja stark, Schatzi. Es wird besser. Ja, das ist... Wenn er noch so läuft, dann ist das in Ordnung. Also das war gerade nur so beim Anlaufen. Ja, ein bisschen schwierig. Hat nicht bestimmt, vielleicht hätte er was gequält, aber gebrochen ist es nicht. Das hätte er es ja überhaupt nicht belastet. Sonst hätte er ja nicht mehr. Das ist jetzt hier eine Generalprobe heute. Komm geht's, Mama. Nein, du bist gekommen. Du bist der Ansichter. Guck mal, komm gleich wieder hin. Eine 69er-Stellung. Ah, sehr schön. Vor allem ist es ein Weibchen, Coco. Was machst du denn da? Schatzi, es geht noch nicht. Noch nicht in dem Alter. Coco, lass die Momo in Ruhe. Ja, komm hier. Oh Gott. Nein, du hast es wieder mit meinen Füßen, gell? Hey, Kleiner. Doin. Komm. Jetzt sind alle da, es sieht so wenig aus. Ne, das stimmt schon. Weißt du, was geil wäre? Jetzt geht die Straße hoch zu rennen und alle neuen hinterher. Na ja, so viel Mut hat er noch nicht. Und dann geht's. Wendy, komm. Wendy, komm. Wendy, komm. Ja, verhin. Ja, weißt du, was geht's? Ja. Wendy, nein. Guck mal, wie er da im Trassen... Wendy, komm. Wendy, komm. Komm. Ja, fein. Achtung, Schatzi, der Dicke macht die Wiege. Da hinten. Komm her. Komm her. Kleiner. Ey. Achtung. Da kommen aber viele. Kleine Emma hinterher gespiegelt. Komm Emma. Emma. Oh, nett Amputz schleckern. Hoi. Hoi. Komm mit. Komm. Ja, fein. Ja, komm her, Kleiner. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ja, was weißt du? Du musst wieder spielen, gell? Kleine Emma will immer spielen. Will immer spielen. Oh, Schatzi, da zieht Zigaretten. Na ja, Schatzi, das ist ein Hund. Oh, oh, da hinten. Oh, ja, ich habe den Fleck. Der kommt zurück. Ja. Möchtest du mich anbieten? Möchtest du mir nichts anbieten? Das ist hier so. Das sind alle aus einem Tor. Mhm. Und alle dunkel, alle wie der Papa. Ja.